Okay. Da ist viel los. Ich seh nichts. Hey! Ah! Ich dachte, vielleicht treffen wir die anderen auch noch. Das sagt man nicht. Scheiß Tränengas. Man sieht nichts. Ich versteck mich nicht vor euch. Sicherlich nicht. Ich weiß sofort wo wir sind. Gut. Ich dachte er denkt noch. Wir wären dahinter. Jetzt machen wir mal mit. Das sagt man nicht Hurensohn. Gehen wir mal hier hoch. Da ist er. Können wir unser Maschinenpistörchen nehmen. So. Ziel erfüllt. Oh. Äh. Granate möchte ich. Oh. Gasangriff. Nein. Nein, 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 nein. Abhauen, abhauen, abhauen. Wir den Pack nehmen. So. Zack. Feindliches HQ neutralisiert. GTF Leitstelle informiert. Jo. Die fallen jetzt alle weg oder was? So. Warum nimmt er die Granate nicht? So. Jetzt reicht's mir eben nicht. Gasangriff. Gasangriff, Arschloch. Hier. Ich hab auch nen Gasangriff. So. Ja. So. Oh nein, Mist. Da geb ich dir recht. Hurensohn. Mann, das sagt man nicht. Das sagt man nicht, Hurensohn. Dafür kriegst du auch einen im Kopf. So. Noch irgendjemand hier? Ah, ne Pistole. Das hat der Kollege oben mit. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Beschichteter Holster. Mal gucken, ob der besser ist als unser jetziger. Oh. Waffenteile. Oh. Jagdschoner. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Leichter Holster. Was haben wir hier? Waffenteile. Sehr schön. Ach. So. Markieren wir uns erstmal. Das nächste Ziel. Mal komplett außen rum laufen. Warum? Weshalb? Wieso auch immer. Oder. Wird uns zumindest so angezeigt. Ach. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Irgendwas blaues? Ist das unten oder was? Was ist denn hier? Ist das jetzt weg? Oder irgendwas blaues? Ich geh nochmal gucken. Komm. Hoch da. Wir wissen, was haben wir vergessen. Was ist denn da? Ah. Wo ist denn das? Ist das da oben? oder was? Ah. Was haben wir hier? Sehr nice. Dumm, dumm. Ah. Gucken wir uns mal. Ah. Ah. 22 Rüstung. 17 Rüstung. Unseres besser. Die behalte man auch mal. Unseres auch besser. Pistol. So. Die ist ja. Gar nicht. Und unsere ist auch besser. Talent Experte, wenn die Gesundheit des Ziels unter 30% Glied richtet diese Waffe 100% mehr Schaden an. Und die auch dasselbe. Und die auch dasselbe. Ab geht's. Weg hier. Hallo. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Okay. Da ist einer. Ja. So. Fuck. Fuck. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe keine Angst vor euch. Oh Gott. Oh Gott. für euch. So, was haben wir hier? Was hat er denn? Kurzer Griff. Ein Upgrade für unsere Waffe. Was hat er hier? Mineralwasser. Geiselschlüssel. Hier haben wir noch was. Hier haben wir Mineralwasser. Ich denke mal, hier wird die Geisel sein. So. Wir haben hier die zidische Güter für bekommen. Hier noch was anderes drin. Ah, Kistchen. Doppelläufige Schrotflinte. Oh. Würde ich auch gerne mal ausprobieren. Können wir uns ja mal mit ausrüsten. Inventar. Für... Nein, 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 nein. Für das Maschinenpistürchen. Was ist das denn? Oh. Weck doch, Kaliber 45. Oh. Und da ist die doppelläufige Flinte. Soundtechnisch ist das schon geil. Hier so höre. Auch das hier. Den Einschusslöchern. Ist auch ganz cool. Und ist noch da gelassen. Hier haben wir noch irgendwo was. Oder... Was ist das für ein Punkt? Den wir da haben. Ach so, wegen der Muni. Oh. Und hier noch einmal her. Probieren wir auch mal das Schild aus. So. Nächste. Ich bin auch nicht davon gestorben. Warum? So. Ah, komm. Trifft die? Die war nicht so gut geschmissen. So. Ach, guck mal. Zack. Schieß mal. Noch unser Schild. Jupp. Ich wollte aber meine Schrotflinte ausprobieren. Tief einatmen. Äh, ich du oder du? Du bist tot. So. Schild können wir... Weckschmeißen. So. Was denn jetzt? Die Division-Dienste stehen zur Zeit nicht zur Verfügung. Bitte versuchen Sie es später an. Oh, jetzt dreht haben wir... Was denn jetzt? Ja. Fängt ja wieder mal... ...super an. Stürzvoll ab. Willst du mich veräppeln, oder was? Schon Ende hier mit... ...devision-Beta, oder was? Ich dachte, sie... ...geht noch... ...bis zum 31. ...bis zum 31. ...bis zum 31. Also... ...bis zum 31. ...bis zum 31. ...bis zum 31. So... ...laden wir mal eben... ...tut mich... ...sorry... ...für diesen Absturz... ...keine Ahnung... ...was da... ...vorgelaufen ist... ...bis zum 31. ...bis zum 32. Aber ist schon... ...mehr enttäuschend... ...dass... ...die Beta bisher... ...also es macht schon eigentlich... ...gut Bock... ...ab... dass man jetzt das achial kann man jetzt nicht als klein oder doch es geht aber man hätte doch vielleicht noch ein bisschen mehr reinpacken können dass man da eventuell noch mal etwas größeren eindruck bekommt wie zum beispiel fähigkeitspunkte oder bitte bitte ein sakko kriegen wir ja ja zeig mal her das sakko wie gut sehen wir damit aus wo ist denn mein sakko enge jeans freizeit jacke trainings hoodie